Sumillon auf Ex-Deutschem Der große Preis von Sankt Moritz zieht auch die ganz großen Namen an. So wird sich am Sonntag auch Christophe Sumillon im Engadin in den Sattel schwingen. Er reitet den Ex-Deutschen Kalahari Soldier und trifft auf 15 Gegner. Peach auf dem Minister Aus dem dreiköpfigen Aufgebot von Christian von der Recke war klar, dass René Pichelik erneut den Vorjahressieger Jungle Boogie reiten wird. Somit hatte Alex Peach die Wahl zwischen Eric und Interior Minister und entschied sich für Letzteren. Gruppesieger Eric wird von Dennis Schirgen geritten werden. Doppel mit Noor Alhava Am Samstag greift der von Andreas Wöhler trainierte Noor Alhava in der zur Gruppe 1 zählenden The Emir's Trophy an. Wie schon bei seinem Katar-Derby-Sieg wird erneut Adrie de Vries im Sattel sitzen und versuchen das Katar doppelperfekt zu machen.